Die Sonne und es holt eine Hitzewelle nach Österreich. Am Sonntag sind bis zu 35 Grad möglich. Stau jetzt in den defekten Lkw in Niederösterreich. 4 nach 3, der schnellste Verkehrsflüsse. Nicht schärf genug, neuer. Der Lkw steht auf der Autobahn nach der A4 Richtung, umdrehen zwischen Burg Ock und Dünnknotenburg Neudorf. Auf der rechten Fahrspur, im Moment ist der Stau 2 km lang. Die zweite Lkw sind in der Südostau, der in Wien in einem Auffahrunfall vorliegt ist. Die zweite Fahrspur ist da blockiert. Passiert ist der Unfall auf der A23 Richtung, ein Kran am Knotenbraffer und der Stau geht bis zu Gürtler fast zurück. Unverändert ist die Verkehrssituation.